Du hast es in die Schlucht zu Ende der Welt geworfen, kann das sein? Ich hab's einem Wal als Futter gegeben. Dieser Moby Dick! Einfach mal Wörter in den Raum hauen. Wird ich Muster V oder was? Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Mit wem redest du? Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Ja, ich drehe mich so um, hä? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich hab mich auch umgedreht, alles gut! Was machst du hier? Dich stoppen! Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Und ich hätte geschrien, halt die Fresse! Achso! Ja, okay! Das hab ich mir auch angewöhnt, ganz schön, halt die Fresse zu sagen! Achso, du sorgst mich? Ach, mach weiter! Oh man! Da würde ich mir Sorgen machen! Ich weiß immer noch nicht, was ich in die fucking Handel da reinbauen soll. Ich mein, ihr habt die Zuschauer... Eiskuntfalle! Eiskuntfalle! Was ich damit machen sollte, aber ich bin da nicht so überzeugt! Eiskuntfalle! 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 Wo kriegen wir das Eis her, du Honk? Oh ja! Eiskuntfalle! 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 wieder rausreißen kann man sich die eisblöcke erschieten kann man ja ich muss mir die eisblöcke erschienen das kriegt man ja nicht oder kann man das kriegen ja obwohl obwohl bei der 125 war das glaube ich noch nicht das war erst ab der 132 sollte ich jetzt noch mal holen kurzzeitgedächtnis ich will sich den selber schüttel ist die nicht mehr selber schützt ihr wolltet es so ich mache jetzt eine eisblöcke hier raus ok und der boden muss wieder raus der boden muss es dann muss es aber anders sein da muss ich zwei platz lassen genau so machen wir das ja komm her und helf mir den boden raus zu machen ich habe zu viel zu tun ich kann die kaffeetasse nicht länger halten also das wirkt mein chef lasst mich immer in ruhe ich sehe schon du bist total überarbeitet ich sehe schon du bist total überarbeitet ey woherst du jeden tag frühstück so das überarbeitet natürlich das verstehe ich ähm moment mal schmilzt das eis nicht wenn ich äh ja du darfst in der nähe auf keinen fall irgendwelche laternen haben laternen aber diese redstone laternen und glowstone darfst du auch nicht haben ich weiß nicht du musst es mal testen welcher nähe das zeug schmilzt hier schmilzt schon ok fackeln müssen weg ja logisch auf dass die creeper reinkommen gleich ja aber wie kriege ich dann hier licht hin versuch mal deine komischen ja genau wie bei den straßen da ich weiß nicht wie das da wirkt du machst das schon raser du machst das schon ich mach jetzt erst mal das eis hier rein wenn dann ähm ach scheiße wenn ich dann was vor dann rutschen die wenigsten genau das soll ich sagen da ist ein loch mief mach mal was denn ich hab's doch gesagt da ist ein loch genau ich könnte eigentlich die ganze wir könnten drunter eigentlich erst frei machen und unten drunter lampen setzen äh nein ich meine meine schwester ruft mich nr wie immer wie immer die großen geschwister müssen immer stört immer immer mit dem und mit der karten müssen wir haben so aus müssen er kaufen hr die 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 Oh mein Gott. Mief, geh doch mal da unten ins Loch. Da muss irgendwas ein Niveau da unten sein. Nein, 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 nein. Das Niveau hab ich schon woanders gefunden. Echt? Haben wir sie gefunden? Ja. Du hast sie wieder versteckt, kann es sein? Aber man kann es nicht mehr wiederholen. Das liegt zu tief. Du hast es in die Schlucht zu Ende der Welt geworfen, kann das sein? Ich hab es einem Wal als Futter gegeben. Dieser Moby Dick. Scheiße, war der schlecht. Oh Mann, herrlich. Nur, dass wir das geklärt haben. Hab ich das vermisst, ey. Mief, mach dann immer die Fackeln weg, ey. Ja, Mief, was hast du eigentlich gemacht ohne uns die ganze Zeit, ey? Geschlafen, geschlafen, geschlafen. Geschlafen. Ich hab drauf gewartet, dass endlich der Niveau da ist. Ich seh nichts mehr. Du bist total abhängig, merkst du das, ne? Ja, ja. Wenn ich da oben Fackeln hänge, dann müsstest du doch eigentlich gehen, oder? Probier es aus. Meine Freunde hab ich schon gewundert, warum ich so oft bei denen rumgehangen hab. Ich bin wieder da. Baby. Juhu. Ich bin für ein bisschen mehr Elan und Freude, ja? Juhu. Besser? Ja. Welche Schwester hat ihr denn gerufen? 22 oder 25? 22. Aha. Wie heißt die? Susanne. Ah, wie heißt die Susanne? Susi, sag mal Saure Sahne. Saure Sahne. Saure Sahne sag ich nicht, heißt das. Ist egal. Wie heißt deine andere Schwester? Das wollen wir ja alles wissen hier. Du heißt meine Susanne. Dann heißt du Monika. Nee. Das wäre etwas. Das hätte so gut gepasst. Sie heißt Anna. A-N-N-A von vorne. Naja, okay. Ja, ich heiße Anna. Echt? Ja. Was? Ja, ist klar. Rava hat das gewusst. Ich heiße wirklich Anna. Kannst du nichts vormachen, Rava. Du hast es gewusst. Theoretisch hätte ich es sogar gewusst. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Aber in dem Moment hab ich nicht dran gedacht. Weil die hat mich auf Facebook angeschrieben. Und da wusste sie ja natürlich. Aber das hat mich gerade nicht im Kopf gehabt. Oh mein Gott, ein Zombie. Ich werde sterben. Hier ist indirektes Licht. Ich kenne auch deinen Nachname. Das passt sogar mit dem Monkey. Ja, cool. Jetzt wenn man es weiß, dann... Hier ist es. Hier ist ein Zombie. Ja, hinter mir. Ich werde sterben. Mist, hier passt es nicht. Super. Warum funktioniert das nicht? Ah, du hast den Begriff alles zweite. Okay, sehr gut. Ich sehe, der Meef, der denkt mit. So eigenermaßen. Über die Ecke wird das nur ein bisschen schwierig. Ja, da hinten die Ecke geht. Das geht irgendwie nicht. Das habe ich gerade auf der Seite auffälscht gestellt. Musst du dir was einfallen lassen. Ich kann übrigens keine Goldchests machen. Das funktioniert nicht. Oh, du machst diese großen Chests. Ja. Wieso kannst du die nicht machen? Die hatten ja ein anderes Rezept, ne? Als die anderen. Ja, du musst eine Silver Chest in die Mitte packen und rundum Goldblöcke. Funktioniert nicht. Nicht? Nein, geht nicht. Habe ich gerade probiert. Goldbahnen, Goldblöcke. Was musst du drumherum packen? Gold Ingot. Habe ich doch. Hier im Wiki steht Gold Ingot. Ich habe Gold Ingot. Und ich habe auch Silver Chests. Ingot. Oh. Wenn ich das Eis gleich verlegt habe, komme ich zu dir und gucke es mir an. Oder komme ich zu dir. Nein! Was? Was denn? Brecht mich einfach nicht an. Oh oh. Das ist ja keine Silver Chests. Ich habe Silver Chests gemacht, aber ich brauche Iron Chests. Oh. Was kannst du aus Silber Chests, kannst du noch die Diamanten Chests draus machen? Oh. Oh. Guck mal, ob du aus den Silberen Diamanten machen kannst oder sowas. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Rezept dafür war. Ja, kann man. Gott sei Dank. Noch größere Kisten, noch mehr Ransch. Juhu. Nein, ich will Crystal Chests machen. Crystal, noch größer. Ja, ja klar. Ja, die megagroßen. Ja, dann ziehen wir zu, es sind mehr Diamanten, Chris. Das größte ist doch... Das größte ist doch ein schwarzes Loch. Ich weiß es nicht. Ja, die sind aber hässlich. Aber die haben so gute Animationen. Tata, Mief. 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 Wenn die Numa-Lampen das nicht schmelzen, dafür muss ich meistens eine Numa-Lampe bauen. Numa Numa ey! Numa Numa Numa! Laufpack, laufpack, laufpack! Moonkey ist da! Ihr habt auch nichts getrunken liebe Abonnenten. Ne, den wollte ich nochmal klarstellen. Außer Wasser und Spüren! Und was? Und spüln' die? außer Wasser und Spüle! Spülelele! Spülelele! Wir haben festgestellt haben 100% der Amokläufer Wasser getrunken und Brot gegessen. Es sollten also Wasser und Brot verboten werden. Alle ins Bett! Machen wir das mal vielleicht lieber. Ich hab auch gehört, dass 100% der Amokläufer alle geschlafen haben. Wir sollten den Schlaf abschaffen! Das ist das Grundproblem unserer Gesellschaft! Ah, ein Skelett! Ab ins Bett! Hallo, ein Skelett steht zwischen mir und... Stopp! Es ist tot, ich kann kommen. Erscheinen reicht. Der alte Witz! Der alte Witz! Das Skelett wollte unsere Sachen klauen im Lager. Das ist mir gefolgt. Was? So ein bibisches Skelett, ey. Echt diebisch! Hier ist ein Zombie an der Tür. Ich hab kein Swerb. Kann ich nur rufen. Guck mal, mit meiner Muskete! Ich die Tür kaputt machen! Ich die Tür kaputt machen! Boah, ich hab voll die Zuckung hier! Mief, guck mal, ich hab voll die Zuckung! Mief, guck mal schnell! Mief, Mief! Wo bist du? Und wo ist der Zombie? Ich hab voll die Zuckung! Guck, 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 guck! Guck, guck, guck! Agh, guck! So, jetzt brauch ich mal ein paar Luuma-Lampen. Luuma-Luuma-Luuma-! Luuma-Luuma-ya! Luuma-Luuma-Luuma-y-! Ähm! Ja! Da muss ich dich gleich mal auf Nahaufnahme angucken. Luuma-Luuma-y-! Luuma-Luuma-Luuma-y. L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l. Ich brauche Knochenmehl, glaube ich, oder? Für Lumba brauche ich Knochenmehl, kann das sein? Wieso hat hier jemand vier Monitore reingepackt? Ist nein, ist egal. Ich brauche Knochenmehl, ich brauche Knochenmehl. Wer macht da was kaputt? Ich habe Glas gehört. Das war ich. Entschuldigung! Haben wir nicht eine Kiste für Monsterzeugs? Wieso liegt der Dreck rum? Ah, unsere Dreckkiste ist voll. Der Dreck fällt raus daneben und so. Warum geht der nicht automatisch in die Dingens, in die... Weil es nicht da angeschlossen ist. Gehen es eh einfach. Vor allen Dingen ist Dreck und Krabbel in eine Kiste. Wie wird das denn eingestellt, Rio? Rio, wer hat das denn eingestellt? Rio, wer hat das denn eingestellt? Ich möchte jetzt keine Namen nennen, der Rio? Ich möchte jetzt keine Namen nennen, liebe Freunde. Aber zu Rio! Rio, kann LP! Rio, wer hat das denn eingestellt? Wir haben Komo Diamanten. Hast die alle schon rausgenommen von den Crystal Chests oder was? Ja. Okay. Oh! Oh, was lacht ihr denn jetzt so? Mal da! Was ist das für ein Lachen? Wir könnten unsere Diamantenproduktion tierisch erhöhen, wenn wir wollten. Wie denn? Ja, wir könnten hier noch... Oh, ich habe Crystal Chests! Oh, sind die schon...